1938, il aura fallu trois jours aux allemands Eckmeyer-Urk pour gravir les 1650 mètres de parois. 38 Stunden waren die Gebrüder schloneckernd unterwegs. Wie lange muss man mit einer Besteigung rechnen? Ich glaube, heutzutage, wenn ein Bergsteiger, ein junger Kletterer, gut vorbereitet ist mit der modernen Ausrüstung, den Kenntnissen um die Wand, sollte es möglich sein, die Wand in einem Tag zu steigen? Ja. Ich denke, es ist möglich, in mindestens drei Stunden. Ich habe mir gedacht, ich würde, die drei Grandes Faces Norden in einem Rekord-Rekord machen.